Die WIRT Industrie Service wurde 1999 aus der WIRT Gruppe ausgegründet. Seit 25 Jahren nun ein eigenständiges Unternehmen mit dem Ziel, die Industriekunden in Deutschland aber auch in Europa zentral mit einem Zentrallager zu beliefern. Kardex M-Block hat mit seinen Regalbediengeräten über all die Jahre und von 2004 bis heute 2024 über 20 Jahre hinweg mit der Technologie dazu beigetragen, dass wir unsere Ware zu Personenbewegungen automatisieren konnten. Das Ziel der Lagererweiterung war, Platz für die Waren für unsere Kunden zu schaffen. Auch eine Folge der Corona-Pandemie ist natürlich, dass unsere Kunden möchten, dass mehr Ware bevorratet wird und dementsprechend wir auch den Raum dafür schaffen müssen. Bei der Firma WIRT Industrie Service haben mir schon mehrere Erweiterungen durchgeführt. Die neuen sechs Kardex M-Block Regalbediengeräte sind in zweifacher Ausführung, einmal in Einfachtief und in Doppeltief. Ein besonderes Merkmal ist auch, dass wir über drei Ebenen von einer Fremdfördertechnik über unsere Kardex M-Block Fördertechnik in die Regalbediengeräte einlagern. Wenn das System an seine Grenzen stößt, ein Lager nicht mehr atmen kann, dann wird es schwerfällig und langsam. Wir haben natürlich damit auch sichergestellt, dass wir den Durchsatz erhöhen und auch die gleichmäßige Auslastung zum Mitarbeiter, zum Arbeitsplatz auch langfristig gewährleisten können. Die Firma Kardex ist auch noch ein Stück weit familiär, partnerschaftlich und wir diskutieren und kommunizieren auf Augenhöhe. Es ist stabil, wir rufen an, wir haben Ansprechpartner, die sich sofort um uns kümmern. Es ist ein wesentlicher Mehrwert des Services bei Talix M-Block und eben auch die Flexibilität der Mitarbeiter hier vor Ort, muss man klar in den Fokus stellen.